Ich denke, jeder Gamer hat in seinem Leben Spiele gespielt, die ihn geprägt haben und ihn übertrieben gesagt auch ein wenig zu dem gemacht haben, was er heute ist. Und welche Spiele das in meinem Fall gewesen sind, möchte ich euch heute präsentieren. Los geht's mit SWATL, Secret Weapons of the Luftwaffe. Ich habe eine Flugsimulation, die im Zweiten Weltkrieg spielt. Der Spiel erschien im Jahr 1991 und dementsprechend sieht die Grafik halt auch aus. Aber es hat mich damals nicht gestört. Ich glaube, als ich es gespielt habe, war ich elf oder zwölf Jahre alt. Mein PC war auch nicht besonders gut damals. Das hat mir richtig gut gefallen, das Spiel. Ich habe mich gefühlt, als Kind ist man ja noch recht leicht zu beeindrucken, und ich habe mich gefühlt, als wäre ich Teil einer Crew. Man konnte den B-17-Bomber fliegen und quasi auf Autopilot stellen und die einzelnen Geschütze bemannen. Und sich die ganze Zeit nur darum kümmern, Flugzeuge abzuschießen. Das habe ich sehr gerne gemacht, daran kann ich mich noch gut erinnern. Ich glaube, es gab eine Mission, da ging es darum, Schweinfurz zu bombardieren. Die habe ich ununterbrochen gespielt. Ich war wahrscheinlich nicht besonders gut in dem Spiel. Ich war halt noch recht jung, ich wusste, komm, was ich da tue. Aber das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und das hat mich auch ein wenig geprägt, weil Flugsimulationen, auch wenn ich immer noch nicht besonders gut in Flugsimulationen bin, schaue ich mir trotzdem immer wieder gerne Videos darüber an. Und zwischendurch versuche ich es auch selber nochmal, leider mit wenig Erfolg. Das nächste Spiel auf meiner Liste ist Colony Wars für die Playstation 1. Ebenfalls eine Flugsimulation, nur diesmal im Weltraum. Hat mir richtig gut gefallen. Es handelte von einem Krieg innerhalb der Menschheit, welcher im Weltraum ausgetragen wurde. Ich fand das richtig immersiv. Ich habe mich richtig gefühlt wie ein Pilot damals. Ja, ihr könnt jetzt gerne lachen, aber ich war halt noch jung. Elf, zwölf Jahre alt ebenfalls. Das fand ich richtig, richtig gut. Es gab drei Teile, ich habe sie alle drei durchgespielt. Finde ich schade, dass diese Serie nicht mehr fortgesetzt wird. Genauso wie Wing Commander war damals auch eine sehr beliebte Flugsimulationsserie im Weltraum. Wird ja auch nichts mehr herausgebracht. Ich finde es schade, dass es diese Flugsimulationen heutzutage nicht mehr gibt. Ich fand das wirklich toll. Man hatte immer eine Crew oder man hatte Kameraden, mit denen man geflogen ist. Man fühlte sich als Teil einer Besatzung und zog in den Krieg. Und zwischendurch starben halt auch Kameraden, was man dann immer sehr traurig fand. Ja, und das vermisse ich so ein bisschen. Connolly Wars hatte auch hervorragende Zwischensequenzen. Richtig gut. Ich denke, es lässt sich auf YouTube einiges finden. Also das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht damals. Schade, dass es sowas nicht mehr gibt. Überhaupt, das Genre der Weltraumflugsimulation ist ja fast ausgestorben. Es gibt Elite Dangerous, welches ich ein bisschen langweilig finde, ehrlich gesagt. Und dann gibt es Star Citizen, welches wahrscheinlich niemals fertiggestellt werden wird. Ja, traurig, aber so ist es nun mal. Wofür ist die Limonade gut? Es ist ein tolles Mittel gegen Skorbot. Es wird all ihre Beschwerden lindern. Einschließlich, aber nicht begrenzt auf schleichende Erschöpfung, Muskelschmerzen, einfallende Augen, schmerzendes Zahnfleisch, fahle Haut, Zahnverlust, innere Blutungen, das Aufbrechen von Wunden, Durchfall, Nierenversagen, Ohnmacht, Mundgeruch und Tod. Als nächstes haben wir die Monkey Island Trilogie. Hervorragende Point-and-Click-Adventures, die ich jedem ans Herz legen kann, der sie noch nie gespielt hat. Selbst Menschen, die mit Point-and-Click-Adventures nichts am Hut haben, sollten das vielleicht mal ausprobieren. Diese Spiele sind wahnsinnig witzig. Mittlerweile gibt es die ersten beiden Teile ja auch Remastered mit etwas hübscherer Grafik. Kann ich wirklich nur empfehlen. Besonders Teil 3 ist richtig lustig. Der Artstyle war toll. Der Humor hat mich umgehauen damals. Also ich habe das, glaube ich, dreimal durchgespielt und ich habe mich jedes Mal kaputt gelacht. Monkey Island, das sind einfach Klassiker. Das ist die goldene Zeit der Point-and-Click-Adventures gewesen. Und überhaupt habe ich damals sehr gerne Point-and-Click-Adventures gespielt. Barformates Fluch zum Beispiel, die ersten beiden Teile habe ich mehrmals durchgespielt. Ist leider so ein bisschen verloren gegangen jetzt. Es gibt keine Point-and-Click-Adventures aktuell, die mich groß interessieren. Zwischendurch probiere ich mal wieder eins, aber stelle dann fest, ne, ich habe doch keine Lust mehr. Ist mir dann auch zu langsam und zu öde. Ja, das ist leider so ein bisschen an mir verloren gegangen. Aber ja, die goldene Zeit ist sowieso vorbei. Es gab so viele gute Point-and-Click-Adventures damals, wie Day of the Tentacle oder Indiana Jones, kann ich mich noch gut daran erinnern. Aber auch, also es gab unendlich viele. Es gab auch viele von kleineren Entwickler-Studios, an die man sich heute gar nicht mehr erinnert. Ich erinnere mich immer wieder gerne an diese Spiele zurück, auch wenn ich sie heutzutage nicht unbedingt spielen muss. Ja, jetzt betreten wir langsam die Ära der N64-Spiele. Ich hatte Weihnachten 97, ein N64 erhalten. Diese Konsole hat mich stärker geprägt als das NES und das SNES zuvor. Es hatte einige sehr gute Spiele zu bieten. Fangen wir an mit Ocarina of Time, Zelda. Das war das erste Open-World-Spiel, das ich jemals gespielt habe. Die Grafik hat mich damals völlig aus den Socken gehauen. Die Musik war wunderschön. Die Story hat mich fasziniert. Also das war bis heute für mich das beste N64-Spiel. Ich habe es mir vor wenigen Jahren mal für das Nintendo 3DS gekauft und habe es dann noch einmal durchgespielt, weil ich es einfach nochmal erleben wollte. Und ich habe es nicht bereut. Also man kann es auch heutzutage immer noch sehr gut spielen. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Schönes Rollenspiel. Tschüss. Dann GoldenEye. Meine erste richtige Multiplayer-Erfahrung hatte ich mit GoldenEye. Wir saßen zu viert in einem Zimmer und haben auf einem kleinen Fernseher den Multiplayer-Modus gezockt. Deathmatch. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen heutzutage. Das Bild wurde viergeteilt. Man saß zu viert davor. Die Luft in dem kleinen Zimmer wurde immer stickiger. Die Hände haben geschwitzt. Ich bin froh, dass ich das damals erleben durfte. Dieses Spiel hat mich auf jeden Fall sehr geprägt. Und ich glaube, das ist auch mit der Grund, warum ich so gerne Ego-Shooter heutzutage spiele. In GoldenEye ging es da logischerweise um den Kinofilm James Bond GoldenEye. Man konnte die Geschichte nachspielen in der Kampagne. Die war auch sehr gut, die Kampagne. Die habe ich mehrmals durchgespielt. Auch eines der besten Spiele aller Zeiten. Wenn man bedenkt, in welcher Zeit dieses Spiel erschien. Der Entwickler war damals Rare. Und Rare hat mit Perfect Dark den zweiten Klassiker im Ego-Shooter-Bereich erschaffen auf dem N64. Perfect Dark erschien, ich glaube, zwei Jahre nach GoldenEye. Die Grafik wurde nochmal ein wenig aufgebohrt. Hatte ein Science-Fiction-Setting, wo es um Aliens ging, in der nahen Zukunft, glaube ich. Habe ich auch sehr gerne gespielt. Hatte auch ein richtig gutes Gunplay. Soweit ich gehört habe, soll demnächst ein weiterer Perfect Dark-Teil kommen. Da bin ich sehr gespannt. Den werde ich mit Sicherheit ausprobieren. Perfect Dark hat mir gut gefallen, wenn auch nicht so gut wie GoldenEye. Okay, aber trotzdem war ein sehr gutes Spiel. Guten Morgen und willkommen im Black Mesa Transitsystem. Dieser automatische Zug dient der Sicherheit und der Bequemlichkeit des Personals dieser Forschungsanstalten. Dann ging es langsam los, dass ich verstärkt im PC-Bereich gespielt habe. Half-Life 1. Ich habe jetzt schon ein Retro-Video zu Half-Life 1 gemacht. Das ist ein absoluter Klassiker. Jeder, der es nicht gespielt hat, muss es spielen. Ich betone muss es einmal in seinem Leben gespielt haben. Zur Not kauft euch Black Mesa, das ist die aufgebohrte Version, grafisch gesehen, von Half-Life 1. Die gibt es auf Steam. Half-Life 1 hatte eine spannende Story. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht damals. Und hatte jede Menge Mods nach sich gezogen. Zum Beispiel Day of Defeat, Multiplayer-Shooter im Zweiten Weltkrieg. Habe ich gesuchtet. Hat mir richtig gut gefallen damals. Dann kommen wir zu Operation Flashpoint. Dieses Spiel hat mich so geprägt wie kaum ein zweites auf dieser Liste. Operation Flashpoint hat mich richtig umgehauen. Es war ein Mil-Sim, also eine Militär-Simulation, wie ich sie vorher noch nie gespielt hatte. In der Kampagne ging es um einen Krieg zwischen den USA und Russland. Spielte zur Zeit des Kalten Krieges auf einer Reihe von Inseln. Das Spiel hat mir so gut gefallen, dass ich damals sogar einem Clan beigetreten bin, in dem wir das gespielt haben. Es gab einen Editor, mit dem man eigene Missionen erstellen konnte, was ich auch zu Genüge getan habe. Überhaupt habe ich in dem Spiel alles getan, was man tun konnte. Wir haben als Clan Leder gespielt, wir haben die Kampagne mehrmals durchgespielt, wir haben sämtliche Expansion-Packs gekauft, die es dafür gab. Also dieses Spiel haben wir richtig, ich glaube, zwei Jahre lang gesuchtet. Und ich glaube, Operation Flashpoint ist auch mit ein Grund, warum ich heutzutage so gerne Mil-Sim und Taktik-Shooter spiele. Eine hervorragende Militär-Simulation. Ich glaube, mittlerweile gibt es sie sogar kostenlos auf Steam. Nächstes Spiel auf der Liste ist Half-Life 2. Der Nachfolger logischerweise zu Half-Life 1. Hervorragende Story, hervorragendes Gameplay, hervorragende Grafik. Alles richtig gemacht, Valve. Mit Half-Life 2 kam dann auch Steam. Mit Half-Life 2 wurden auch die bekannten Mods geupdatet. Day of Defeat und Counter-Strike erhielten die Source-Engine. Viel mehr möchte ich jetzt dazu nicht verlieren. Wer es nicht gespielt hat, muss dieses Spiel ebenfalls spielen. Ansonsten habt ihr was verpasst. Dann war ich einige Jahre in der Community von Red Orchestra aktiv. Ich war im Forum sehr bekannt, war Beta-Tester bei Red Orchestra. Red Orchestra war eine Modifikation für Unreal Tournament. Spielte an der Ostfront im Zweiten Weltkrieg. Man konnte also als Sowjet-Soldat oder als Deutscher spielen. Und der Fokus lag mehr auf ein realitätsnahes Spielerlebnis. Es wurden auch Fahrzeuge eingeführt, verschiedene Panzer. Nach heutigen Maßstäben ist dieses Spiel natürlich ziemlich schlecht gealtert. Aber damals hat es uns halt wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich war wie gesagt einige Jahre sehr aktiv in dem Spiel. Und ich denke auch dieses Spiel ist mit ein Grund dafür, warum ich so gerne Taktik-Shooter heutzutage spiele. Ja, und dann würde ich jetzt auch gerne zum letzten Spiel auf der Liste kommen. Es handelt sich um Red Dead Redemption 1. Ich habe es auf der Playstation 3 gespielt im Jahr 2010. Und ich habe es komplett durchgesuchtet. Ich habe das Spiel stundenlang am Stück gespielt. Ich habe sämtliche Trophäen geholt. Ich habe alles in dem Spiel erledigt, weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Das Setting, die Charaktere, die Grafik. Ich fand alles toll in dem Spiel. Es gab dann wenig später eine Erweiterung mit Zombies. Die habe ich ebenfalls durchgespielt und sämtliche Trophäen geholt. Und ich kann bis heute nicht verstehen, warum Rockstar noch kein Remastered rausgebracht hat. Ich hoffe, dass es jetzt mit der neuen Konsolengeneration soweit ist. Ich würde es wahnsinnig gerne nochmal spielen. Ich kann es kaum erwarten, ehrlich gesagt. Ich bin mir sicher, dass es kommen wird. Im Jahr 2018 erschien dann der hervorragende zweite Teil. Und ich kann nur hoffen, dass ich irgendwann mal in der Lage sein werde, den dritten Teil zu spielen. Aber so wie wir Rockstar kennen, wird das noch einige Jahrzehnte dauern. GTA 6, ja, wir warten alle drauf. Na gut, also das war es. Natürlich sind nach dem Jahr 2010 noch einige Spiele rausgekommen, die ich ebenfalls gut fand. Aber mir ging es jetzt darum, die Spiele zu zeigen, die mich damals sehr geprägt haben. Und ich denke, diese Liste zeigt auch, warum ich heutzutage so gerne Ego-Shooter spiele. Ego-Shooter haben mich von Anfang an begleitet und mich geprägt. Ja, und es würde mich mal interessieren, welche Spiele euch so geprägt haben. Schreibt es doch in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte ein Abo da. Es würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.